hallo und herzlich willkommen ich bin hier bei einer runde minecraft spiele endergames und mal schauen wie lange ich das schaffe also runter renne ich nicht weil da rennen die meisten hin ich renne gleich runter und mir eine kiste war gar keine soo kiste 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 oder was anders wach du mir was so dann war ich erst mal ein tisch eine spitzsacke ein holzschwert ah, was war ich denn da, Mist wollte ich gar nicht und den Tisch wieder mitnehmen zack jetzt suche ich mir schnell Stein, dann Croft ah, da ist eine Kiste die ist bestimmt schon leer oh ne dir dir das ist cool schnell erstmal ein dir, Schwert Croft und Goldschuhe ach ne das ach, dass ich schnell laufen kann da ist ne Geste da ist ne Geste da Goldschuhe habe ich schon ich brauche erstmal nicht hinter nach schneller lauf schneller das war einmal eine Angel ok schnell laufen so das nächste Kiste also mal schneller laufen kann man mal schneller laufen Wann mal schneller laufen? also wenn ich den Blank hier da muss halt ne, es schnell laufen Okay, ist gerade jemand gestorben. Die Weite war erstmal. Die Weite war. Die Weite war. Die Weite war sehrρι inhibiger. Genau. Die Weite war. Nein, ich trage die Weite. inc hari summer Kar banc. Nein. Danke, dass viele umgängig sein werden können. Prof. Ger hear about relaxing skills applications. ich brauche auch nicht Lederhut weg Lederhut weg Ich brauche Hose, da ist eine Lederhose weg heißen Schuh Feuerzeug Leder brauche ich nicht Feuerstein brauche ich nicht Fichte Holz brauche ich nicht Holzfleisch kann ich gebrauchen Nein Oha Ok, ok Ach, ein Lava einmal dabei Hüpft das hier immer so hin und her Ich trottel Ich habe verloren So ein Mist Er ist ein Hacker Ok Ok Wer ist ein Hacker? Ja Ich habe so schöne Sachen Ich bin so ein schlechter pvp-spieler Heul Schauen wir mal die anderen an Ob die da so schönes machen Wo sind nur noch zwei online Der leckt aber ganz schön Oh Top Asia Ich habe verloren Nice, nice Game Mecker So, das war eine Runde Ich hoffe euch hat sie gefallen Ich glaube mir hätte mehr gefallen wenn ich gewonnen hätte Aber in minecraft bin ich ja nicht so gut Zumindest nicht in pvp Na ja ok Das kann man sonst noch gut sein in minecraft Außer pvp Na ja egal Ich habe wie gesagt Nächst mal dabei Achso und jetzt Morgen wird es kein let's play videos geben Weil morgen bin ich nicht zu hause Morgen werde ich Nach Hannover fahren Und deswegen werde ich morgen Kein let's play videos machen Also werden wir uns dann am Montag wieder sehen Wenn ihr dabei seid Bis zum nächsten Mal Ich habe euch noch viel Spaß Und ein schönes Wochenende Bye bye